Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Banjo-Tooie, ja mit eurem Mr. Horrorjumper und wir waren hier bei dem stehen geblieben. Ein Bär hat mir den Schneid abgekauft, du siehst ihm irgendwie ähnlich. Oh Gott. Er schauert vor mir, diese Pillen gegen Seekrankheit von Jolly nützen gar nichts. Genau, wir müssen nämlich, sobald ich weiß, irgendetwas im Wasser erst erledigen, damit wir von ihm, glaube ich, ein Puzzle erhalten oder so. Das werden wir vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob wir das in diesem Part schaffen, wir müssen erstmal gucken. Wie gesagt, wir werden erstmal hier alles an Land noch erkunden, wir sind nämlich erstmal Landratten und dann werde ich sagen, gehen wir ins Feuchte, dann werden wir untertauchen bis in die tiefsten Gewässer. Genau, das hat man auch schon geholt. Okay, dann können wir jetzt mal hier rein. Dort gibt es nämlich einen Rattenkumpel. Pfandus Fundgrube. Ja, Pfandus, ja. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich heiße Pfandus. Ich bin der hiesige Pfandleier. Wir interessieren uns für das Puzzle im Schaukasten. Ach ja, ein wirklich hübsches Stück. Etwa aus der Banjo-Kazooie-Zeit. Ich schätze, 20 Gold-Dublonen sind ein angemessener Preis. 20 Gold-Dublonen, wir wollen nur das Puzzle-Lohn, nicht deinen ganzen Laden. Genau, uns fehlen nämlich noch zwei und diese zwei werden wir nämlich noch finden. Dann können wir uns das nämlich leisten, beziehungsweise gönnen. Und da haben wir Globo und hier ist nochmal ein Easter Egg. Kennt ihr die noch? Die war, soweit ich weiß, das Plüschtür, also das Plüschtier, Tür, ja, eine Plüschtür. Leute, stellt euch das mal vor. Oh Gott. Ja, das war nämlich so gesehen eines der Preise, wo man quasi dieses Quiz besiegt hat oder geschafft hat. Und ich glaube, da waren Dublonen drin, weil, ich glaube, die konnte man öffnen. Nee, konnte, nee? Oh, dieses Bild. Ah, auch noch ein kleines Easter Egg. Das ist schon ziemlich nett gemacht, die Idee dahinter. Wegen diesem Fundladen oder, ja, Pfandhaus, wie auch immer. So, was können wir jetzt noch machen? Genau, da vorne waren wir noch nicht drin. Und ich meine, dort gibt es nämlich noch Gold-Dublonen. Beziehungsweise, ich glaube, hier oben, nee, hier gibt es nichts. Wobei, Moment, Moment, wir gucken uns um. Ich meine, hier oben. Okay, hier war nichts. Gut, dann bin ich dafür, dass wir erstmal... Wir brauchen ja die 20 Gold-Dublonen, wurde uns gesagt. Ich bin dafür, dass wir erstmal nach Mumbo gehen. Und mit dem werden wir dann erstmal zaubern, dann haben wir das hinter uns. Ah, genau, ich wusste es. Und der Rest ist dann einfach für was anderes. Das werdet ihr noch sehen. Ich glaube, das kostet dann auch nur zwei Gold-Dublonen. Und dann haben wir den ganzen Kram hinter uns. Moment mal. Ah, da. Ich wusste es. Ich wollte euch das die ganze Zeit schon gezeigt haben. Und das gibt es hier, an der Stelle. Und hier müssen wir später hin. Ja, Jolly Rogers Lagune. Ich meine, hier gab es nichts anderes, außer, ich glaube, ein Gegner und... Moment. Genau. Ey, ist tiptop. Kennt ihr den noch aus... Diddy Kong Racing? Ich finde das so schade, dass sie hier nicht noch so ein kleines Event, noch so ein großes gemacht haben. Außer das hier. Ist zwar schon irgendwie nett, aber ich habe mir da wirklich... Ja, wie soll ich sagen? Was Besseres vorgestellt, wenn ich ehrlich sein soll. Aber okay, das werdet ihr noch sehen. Weil das können wir erst machen, wenn wir, glaube ich, in der nächsten oder übernächsten Welt waren. Willkommen zurück, Bär und Vogel. Wir haben ein Globo. Müssen Zauberwesen geben, Mumbo, wenn Hilfe wollen. Wollen Mumbo's Hilfe. Natürlich, wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Es werfen in Mumbo's Tasche. So. Dann werden wir jetzt mal eben zaubern, weil das ist der wichtigste Zauber, finde ich, quasi in diesem ganzen Spiel. Und warum werdet ihr noch sehen? Weil... Jetzt passt mal auf. Das hat mich auch voll geflasht damals. Ich hätte damit nie gerechnet. Ich dachte, was passiert denn hier? Hoffen, das funktionieren. Momo, großes Licht über Wasser scheinen lassen. Wasser, jetzt viel Sauerstoff. Bär und Vogel nicht mehr Luft anhalten müssen. Genau, wir können jetzt nämlich unter Wasser atmen. Ist schon eine lustige Sache, wie sie sich das überlegt haben, wie man das vielleicht umsetzen könnte. Anstatt, dass man irgendwie so ein Schnorchel oder so ein Kram braucht. Ja, ein Schnorchel, wie lang müsste der denn bitteschön sein, wenn man so darüber nachdenkt. Weil, ja, diesmal, also da zählt wirklich die Länge, ne? Okay, gut. Gucken wir mal. Ihr seid doch bestimmt jetzt auch gespannt, was dort ist. Aber, bevor wir das machen... Ja, wir gehen immer noch nicht ins Wasser. Ich bin jetzt fast den falschen Weg gegangen. Wir gehen jetzt erstmal zu unserem Kollegen. Und den kennt ihr noch. Auch ein kleines Easter Egg. Da ist er doch, die Heususe. Blubbers. Wellenreiter. Okay. Ja, die Honigwaben sind jetzt eigentlich irrelevant, aber okay. Ahoi, Landratten. Bin doch just der alte Seebär Captain Blubber. Wie geht's denn so, Minclin? Es geht ganz schön ans Eingemachte. Ei, diese Abenteuer sind doch immer gleich. So viel zu sehen. So viel zu segeln. Immer noch besser als herumzuhängen. Wie läuft das Geschäft? Blubber? Nicht besonders, Landratten. Alle meine Wellenreiter sind kaputt. Und der letzte wurde gestern von einem Fisch verschluckt. Wir können dir ein oder zwei Dublonen leihen. Lasst, Mann. Ihr Leichtmatrosen. Aber ich verkaufe euch meinen letzten Besitz für nur eine Dublone. Wie steht's, Minclin? Wollt ihr meinen letzten Besitz für eine Dublone? Natürlich. Ah, guter Junge. Banjo. Wirf einen Blick in diese Kiste hier. Danke, Leichtmatrosen. Ich gehe zur Quiznacht in Jollys Spelunke. Man kann tausend Dublonen gewinnen. Und wenn ich das Schiff, wenn ich das schaffe, kaufe ich mir ein tolles Raketenschiff. Keine Ahnung. Naja. Oh. Das hätte ich beinahe übersehen. Gut, dass ich da irgendwie gelandet bin. Alter, seine Stimme. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich sie geändert habe im ersten Teil. Verdammt. Ich glaube, ich bin nicht... Ja, ich kam nicht nahe daran genug wie im ersten Teil. Aber okay. So. Ihr habt es gesehen. Da waren die Sportschuhe oder die Turnschuhe. Und wir können noch hoch, weil wir haben etwas gehört. Und zwar etwas ganz Wichtiges. Oh. Ein Blauer. Der ist bestimmt seekrank geworden, Leute. So. Dann schnappen wir uns die jetzt mal. Auf geht's. Oh ja. Megacool. Oh, da waren doch noch Dublonen. Die orangefarbenen Jinjo-Familie ist vollständig. Sie möchten euch das geben. Da waren doch noch Dublonen. Krass. Wofür braucht man die denn noch? Ach, ich verstehe. Stimmt. Die Ratte hat, glaube ich, noch was anderes für uns. Und ich glaube, dafür brauchte man den Rest. Braucht man dann insgesamt 25, dass der dann sagt, hier, das andere bekommt der dann für, ähm, 5. Kann gut möglich sein. Wir werden es jetzt herausfinden. Wir waren jetzt mal kurz in Kontakt mit dem Wasser, Leute. Aber keine Sorge, da werden wir gleich untertauchen. Ja, die Schweinschen, die interessieren uns leider nicht. Da haben wir noch, äh, nichts zu Kamellen. Das wird erst viel, viel später funktionieren. Da muss man so einiges machen. Das Puzzle-Loh kostet immer noch 20 Dublonen. Möchtest du es kaufen? Was sagst du? Ei, ei. Gut, mein Freund. Wo ist das Gold? Es ist angenehm, mit dir Geschäfte zu machen. Bitte, bedien dich. Gib dir 12 ein, wisst ihr? Und es hat 20 gekostet. Oh yeah! Hast du noch etwas anderes? Verzeih, mein Freund. Der Rest hier ist schon uralt. Diesen Müll werde ich nie los. Geschieht dir recht. Echt? Oder sagt er erst irgendwas, wenn wir noch mehr Dublonen haben? Kann sein, dass es noch eine andere Stelle gab, wo man welche bekam. Weil, ich bin mir sicher, dass man, glaube ich, von dem eine Shito-Seite bekommt. Naja, ist ja jetzt auch erstmal egal. Wir wollen ins Feuchte, ins Nasse und hier kommen auch unsere Eiseier. Ja, unsere eiskalten Eier kommen hier zum Vorschein. Ähm, die wir benutzen müssen, um gewisse Sachen zu bekommen. Wie zum Beispiel diesen Notenschlüssel da. Wenn das ein Notenschlüssel ist. Ne, das ist, glaube ich, nur eine normale Note, aber das ist jetzt erstmal egal. Denn, wir werden mich jetzt eigentlich verarschen. Moment. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen schwimmen. Ihr merkt, es wird ein bisschen, äh, genau. Es wird ein bisschen anstrengend. Weil manchmal so zu treffen ist schon ein bisschen nervig. Äh. Korrekt. Die haben wir jetzt auch schon direkt bekommen. Dieser Ego-Shooter-Schwimm-Modus. Ich finde schon, er hat was. Das stimmt, aber es hat ein gewisses Feeling, was man nicht auf Dauer haben sollte. Das ist eines dieser Kritikpunkte, finde ich, an diesem Level. Und hier haben wir etwas ganz Feines. Und zwar ein UFO. Damit können wir aber auch später erst was anfangen. Äh, das wird auch noch ziemlich lustig. Das hat auch so eine kleine Hintergrundgeschichte. Und ich weiß jetzt allerdings nicht, welchen Weg wir zuerst gehen sollten. Oder schwimmen. So. Den müssen wir in sein Gesicht treffen, sobald ich weiß. Verdammt. Komm jetzt. Oh, das ist so ekelhaft, ne? Ich hasse... Ja. So. Wir dürfen diese Dinger nicht berühren, sonst werden wir kurz getroffen. Und dann bewegen wir uns so bescheuert. Die Musik kommt euch bestimmt bekannt vor. Jolly Rogers Lagune Atlantis. Oh ja, wir sind ja in Atlantis, Leute. Ähm, ja. Warum kommt euch das vielleicht bekannt vor? Das erinnert an Donkey Kong 64. Also, äh, sagen wir es mal so. Der gute Falke und ich, äh, wir sind der Meinung, dass quasi diese Welt... Also, nicht diese Welt, sondern dieses ganze Spiel von Banjo-Tooie. Das ist so eine Art recyceltes, äh, Donkey Kong 64 sein könnte, falls es, ähm, in der Entwicklung war. Und sie haben dann auch irgendwelche Sachen gehabt, die übrig geblieben sind, dass sie das quasi recycelt haben. Und die haben das dann quasi für Banjo-Tooie benutzt, weil... Viele Ideen, auch mit diesen ganzen, äh, Gedöns und so weiter. Weil man merkt ja auch, der zweite Teil hebt sich extrem ab von dem ersten. Und auch was das Sammeln angeht und so weiter und so fort. Und von der Musik auch so ein bisschen. Merkt man einfach, dass es mehr oder weniger auch Donkey Kong 64 hätte sein können. Wenn ich jetzt mal treffe. Wir müssen die Jungfrauen entjungfern. Ne, die Meerjungfrauen. Ey, komm her! Ich glaub, das musste man jetzt nicht in einem Zeitlimit machen, aber ich bin jetzt auch kein guter Schütze. Ach, das muss man in der Reihenfolge! Ach, da ist, da ist eine Zahl drauf. Oder irgendein Zeichen, keine Ahnung. Also, das war auf jeden Fall falsch, ich weiß echt nicht mehr. Was? Das heißt, man muss nochmal das... Oh, nee, ich weiß echt nicht mehr das Ganze auswendig. Also, das... Ja, treff doch, oder triff. Wenn ich Glück habe... Verdammt! Also... Alter, diese Steuerung, dass es immer in die Mitte geht, ne, das nervt. Hallo? So? So? Dann wahrscheinlich den hier. Auch nicht? Alter, meine Fresse. Kann man hier nicht irgendwie in der Mitte sein? Ich könnte auch von oben irgendwie schießen, aber es... Boah, das war dumm. Das war sowas von dumm. Ähm, jetzt nochmal den, oder wie? Ne, zweimal den dann, oder was? Also, den... Also, den... 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 Jetzt nochmal den. Tatsache! Jetzt sagt mir nicht... Alter! Mir gehen die Eier aus. Ja, das war jetzt auch dumm. Wenn ich Glück habe... Das wird eh falsch sein. Nee, richtig? Komm. Ich habe eh das Gefühl, jetzt muss ich den anderen, aber... Lol! Jetzt... Jetzt habe ich es geschafft. Ach! Da drüber, über der Tür stand... Alter! No comment, Leute! Hahaha! Okay, ja. Das habe ich vollkommen verpeilt. Das... Das passiert, wenn man sich nicht umschaut. Da seht ihr es. Ah, Mann! Alter, ich hätte es so einfach haben können. Aber ich hätte mir das sowieso, glaube ich, nicht merken können. Ihr kennt mich. So, wir gucken mal. Ja, hier sind manchmal gewisse Sachen versteckt. Ob ihr es glaubt oder nicht. Deswegen gucke ich hier überall. Ich meine aber, hier ganz oben gab es, glaube ich, nix. Alter! Diese Kameraperspektive hier unter Wasser ist wirklich ätzend. Ich kann PK voll und ganz verstehen, wo er da Probleme hatte. Ich meine, hier gab es... Das hatten wir schon aktiviert, ne? Ja, das hatten wir schon aktiviert. Gab es hier oben noch etwas? Ich glaube schon. Ja, außer, dass es hier so kaputt ist. Man hört hier auch kein Globo oder sonstiges. Nö, sieht nicht danach aus. Okay, dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt erstmal um das Gebiet voll und ganz. Dass ich quasi erstmal... Alter, ich muss echt das Auge treffen. Nee, nee, nee. Aber wir haben den Notenschlüssel. Den Notenschlüssel, ja. Ähm. Ihr seht schon, es gibt so viele Wege, ne? Oh, Leute, da kriege ich zu viel. Ich weiß schon gar nicht mehr, was hier eigentlich drin war. Wir gehen erstmal hier rein, bevor ich das vergesse. Weil das kann man leicht übersehen. Oh, Zitterahle. Zitterahle zu Flucht. Ja. Eine Flucht, kann man das so nennen? Alter. Ich bin gerade noch an dem vorbeigekommen. Hier gibt es auch noch eine Stelle, da muss man auch einen bestimmten Move können. Den muss man mit Kazooie können, damit man da weiterkommt. Weil dann kommt man, glaube ich, an eine Shito-Seite, sobald ich weiß. Oh. Was bekommen wir denn hier nochmal? Ach, ist das der Move? Echt, habe ich den jetzt schon gefunden? L-T oder R-T, die Vogeldame nach vorne schießt, wie ein Torpedo, die durchs Wasser düst. Der Linke ist dick zum Steuern und A für die Schnelle. Und X bringt sie zu Banjo zurück auf der Stelle. Das ist dann alles. Weggetreten. Ja, wir haben ihn tatsächlich schon gelernt, den Move. Alter. Perfekt. Also, das ist ja schon wirklich so perfekt, dass man wirklich denkt, ich habe das mit Absicht gemacht. Alter, nein, ich wusste es. Lass mich in Ruhe. Ja, den Move werdet ihr jetzt gleich kennenlernen. Keine Sorge. Den muss ich nämlich an einer gewissen Stelle benutzen. Und zwar, das war, glaube ich, auch schon hier. Genau, da vorne. Jetzt passt auf. Wie ging der nochmal? Nee, nicht so. Genau so. Auf A machen wir Gas geben. Und können das hier kaputt machen. Ja, so stark ist Kazooie sein Bohr-Schnabel. Für irgendetwas muss der Schnabel doch gut sein, oder? Antike Schwimmbäder. Oh ja, Schwimmbad, Leute. Ich fühle mich heimisch. So, komm her. Ach, ja. Gab's hier noch irgendetwas? Eine Shido-Seite. Ich meine, das war sogar die Stelle, wo man mit Kazooie nur hinkommt. Ja, das war sie. Die müssen wir uns unbedingt merken. Sollte es sein, dass ich das irgendwie verpeile oder so, ne? Schreibt mir das bitte in die Kommis irgendwann, wenn ich dann den gewissen Move dafür kann. Wo ihr denkt, dass man das schaffen könnte damit. Weil nicht umsonst gibt es hier die Trennplatten, wie ihr sehen könnt. Und ich glaub, du bist böse, ne? Ja. Der war böse. Oh. Kann man da hoch? Ach, gar nicht. So, wir verstecken uns. Oder beziehungsweise wir halten von ihm Abstand. Weil er ist ja so böse und er will uns an den Kragen. Aber wir lassen uns nichts von ihm sagen. Ja, das war jetzt ein schlechter Freestyle-Reim. Aber okay. Ja, wie... Nein, 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 nein. Nicht die. Die möchte ich jetzt nicht haben. Das ist das Letzte, was wir gebrauchen können. Okay, Leute. Wir müssen hier raus. Das war nix. Das war ein Schuss in den Ofen. Weil wir können jetzt die Shito-Seite eh nicht bekommen. Traurig, ich weiß. Ich würd's gerne machen für euch, aber... Das ist halt das Krasse an diesem Spiel, ne? Man kann nicht alles direkt vervollständigen in einem Level. Ähm, hier gibt es noch eine gewisse Fähigkeit, die man erlernen kann. Damit man es einfacher hat hier an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob ich es tun oder lassen soll. Keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Ich bin aber dafür. Fischdom. Ja. Ähm. Im Fischdom geht es nämlich darum, dass wir gleich ein Schweinchen treffen. Und dieses Schweinchen, ne? Ähm. Es will etwas ganz Besonderes machen. Und ob wir das schaffen, keine Ahnung. Frag mich nicht. Wird auf jeden Fall nicht einfach. Beziehungsweise es gibt eine Fähigkeit, wo man quasi beim Schießen... Ah, ich wollte die Eiseier nie. Also schon. Die brauche ich ja. Aber ich wollte die normalen haben. Welche habe ich denn ausgerüstet? Ah, Gott sei Dank. Gut, dass ich das noch gemerkt habe. So, dieses Schweinchen will nämlich fotografieren. Oh ja. Könnt ihr euch das vorstellen? Natürlich könnt ihr euch das. Hallo, du. Oh, hi. Ich heiße Cross. Cross? Klingt nicht sehr nach Schwein, oder? Eigentlich heiße ich Cross G. Gebraten. Ah, verstehe. Was tust du hier, Herr Braten? Ich mache Urlaub und versuche, diese wundervollen Zeichnungen an den Wänden zu fotografieren. Klingt faszinierend. Ja, das ist es. Aber da sind diese verfressenen Fische. Hast du denn keine Angst? Äh, was? Ich hatte nur genügend Dublonen für diese Superkamera. Vielleicht könntest du mich beschützen, während ich da unten bin. Kommt, wir versuchen es einfach mal so. Es ist schwer. Also gut. Wenn du mir dann nach unten folgen könntest. So. Es ist wirklich wichtig, dass wir quasi... Ja. Wir müssen eine Position haben, dass sie uns nicht auf den Sack gehen können. Ich hoffe, du bist soweit. Da kommen sie. Dass der unter Wasser reden kann, ist der... Knüller, oder? Seht ihr? Da sind sie schon. Ich sag's euch. Das ist echt nicht einfach. Und wir müssen so lange überleben, bis die Zeit abgelaufen ist. Also, beziehungsweise er muss so lange überleben. Wir müssen aufpassen, weil wenn er einmal gebissen worden ist, dann ist es vorbei. Alter! Ich hab so das Gefühl, wir bewegen uns. Kann das sein? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Kommt denn der nächste? Alter, Falter. Gott sei Dank können wir relativ schnell schießen. Das wäre das Ganze... ...ein bisschen problematisch. Komm schon. Na klar, einer versucht es noch. Ich glaube, das reicht. Ich gehe wieder an die Oberfläche. Habt ihr gesehen, was für eine Kamera der in der Hand hält? Das ist nämlich ein Game Boy Color. Aber hier haben sie es ein bisschen zensiert, glaube ich. Ich weiß es allerdings nicht. Ich habe alles im Kasten. Vielleicht hast du Interesse an diesem Ding hier. Tja, ich lasse diese Bilder jetzt entwickeln. Tschüss. Der Engländer. Ich finde das so genial. So, komm. Dann holen wir uns das Puzzle-Low, was wir uns reglich verdient haben. Wir haben es geschafft ohne diese Technik. Wer hätte das gedacht? Krass. Dass ich die Nerven behalten konnte. Also ihr habt es ja gemerkt, ich musste echt ruhig werden. Das schafft kaum ein Spiel. Ihr wisst Bescheid. So. Gut. Hier gab es ja noch unseren Kollegen. Und der hat nämlich auch noch ein Puzzle-Low. Und das bedeutet, wir müssen nämlich mit Kazooie ihn abstechen. Oh ja. Wir nehmen ihn von hinten. Oder? Moment. Kann man das eigentlich zielen? Ja, kann man. Oh yeah. Wir haben ihn zerstochen. Ja, hier die Gegner müssen wir nicht zerstischen. Alter. Doch. Wobei können wir. Stimmt. Auf X kann ich ihn auch eigentlich, glaube ich, zurückrufen, ne? War doch irgendwie so. Naja. Ist ja jetzt auch Latte. Waren wir da schon drin? Boah, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt überall schon alles drin waren, ne? Aber ich glaube, da waren wir noch nicht drin. Antike Schwimmbäder. Doch. Moment. Da waren wir drin, ne? Ja, waren wir. Alter. Ich... Ich wollte da nicht untertauchen. Genau an dieser Stelle wollte ich das nicht tun. Also, wie es aussieht, haben wir hier, glaube ich, alles. Drückt mir die Daumen, dass wir hier alles haben, weil... Ich möchte wirklich nicht nochmal hier hin müssen. Oder kommen müssen. Wie gesagt, wir müssen ja hier nochmal irgendwann hin, wegen der Cheeto-Seite. Aber sonst, ansonsten, glaube ich, müsste es eigentlich das im Groben und Ganzen gewesen sein. Lass mich mal ein bisschen umschauen hier. Ja, da gab es noch ein paar Eier. Da kann man hoch. Oh, Leute. Da gibt es auch noch einen Weg. Wie ich das hasse, ne? Alter, geh mir nicht auf den Sack. Der wollte mich angreifen. Habt ihr es gesehen? So, hier müsste gleich unser Kollege kommen. Und zwar unser Tentakel-Freund. Die Krake. Die Krake. Oh, Mann. Alter. Achso, der hat nur Eier. Aber da unten haben wir den Globo. Komm her. Hier gibt es doch eine gewisse Stelle. Dafür können wir den Globo jetzt benutzen. Beziehungsweise müssen wir den auch benutzen. Dann können wir uns nämlich verwandeln. Aber ich glaube, das mache ich im nächsten Part. Soweit ich weiß, gibt es hier, glaube ich... Oder wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich beende den Part an dieser Stelle, oder? Ihr habt ja jetzt schon ein bisschen Unterwasser-Action gesehen. Im nächsten Part wird es noch mehr Unterwasser-Action geben. Und ich glaube, dann haben wir es auch schon so gut wie geschafft. Also, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was uns Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann haut rein und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Jump'n'Runtime! Daumen hoch, 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 daumen hoch. Vielen Dank.